Nutzen Sie das abwechselnd in Aktion tretende Tandem. Jetzt haben Sie immerhin schon mal den Zeh in die Gewässer der Meditation getaucht. Dabei wird Ihnen möglicherweise klar geworden sein, dass diese Praxis durchaus anspruchsvoll sein kann. Man bezeichnet sie zwar als die Meditation des ruhigen Verweilens, dennoch fühlt sich der Geist, als sei er übergeschnappt. Tatsächlich ist das nichts Ungewöhnliches. Meditationsanfänger überkommt häufiger ein Gefühl, als hätten sie die Schleusentore weit geöffnet und eine Kaskade von Gedanken stürzen nun auf sie herab. Ein Gefühl, als stünden sie mitten in einem Wasserfall und die Gedanken prasselten mit Wucht einfach nur so auf sie nieder. Derart überwältigt kann man sich von den Gedanken fühlen. Die gute Nachricht, und da können Sie mir vertrauen, – denn ich spreche hier aus eigener Erfahrung – lautet, es wird leichter. Beginnen Sie regelmäßig zu meditieren, dann stellen Sie fest, dass Sie zusehends besser beim Atem verweilen und stärker präsent sein können, auf dem Meditationskissen und im Alltag. Bis das geschieht, braucht es ein wenig Zeit. Am besten gehen Sie also, während wir auf die nächsten Schritte zu sprechen kommen, regelmäßig der Shamatha-Praxis nach. Nun zu zwei wichtigen Hilfsmitteln für die Meditation. Achtsamkeit und Gewahrsein. Achtsamkeit Lassen Sie uns zunächst einmal definieren, was damit gemeint ist. Das tibetische Wort für Achtsamkeit heißt Trennpa. Etwas weitschweifig kann man es auch mit Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf etwas gerichtet zu halten, übersetzen. In Bezug auf den Atem achtsam zu sein bedeutet, die Aufmerksamkeit auf die Atmung gerichtet zu halten. Um bei einem Gespräch achtsam zu sein, gilt es, sich darin voll einzubringen. Beim Essen achtsam zu sein bedeutet, den Speisen voller Aufmerksamkeit zu schenken und sie zu genießen. Achtsamkeit beinhaltet, dass Sie voll und ganz bei der Sache sind, was auch immer Sie gerade tun. Achtsamkeit ist eine natürliche Fähigkeit, die uns allen innewohnt. Keins von den Dingen, für die wir in den Supermarkt gehen müssen, um sie zu kaufen. Wir besitzen sie bereits. Wir müssen lediglich lernen, sie richtig einzusetzen. Achtsamkeit ist ein Präzisionsinstrument. Insbesondere bleiben wir durch sie auf den gegenwärtigen Augenblick eingestimmt. Beim Atmen achtsam zu sein, empfinden wir vielleicht als unangenehm oder als schwierig. Tatsächlich geht es aber lediglich darum, dieses Hilfsmittel einzusetzen, um dem Geist wieder beizubringen, etwas zu tun, was er ansonsten sehr wohl zu tun gewöhnt ist. Damit will ich sagen, eigentlich meditieren wir immer über etwas. Wir könnten beispielsweise über den heißen Typ oder die heiße Braut meditieren, die wir vorhin gesehen haben, und uns fragen, wie es sein würde, mit ihm oder ihr ein Date zu haben, wohin wir bei der Gelegenheit gehen und ob wir sie oder ihn am Ende des Abends küssen würden oder mehr. Oder wir könnten über ein anstehendes Arbeitsprojekt und all die Leute, mit denen wir uns zur Durchführung dieses Projekts treffen müssten, meditieren. Das könnte so weit gehen, dass wir im Geist Entwürfe für die E-Mails anfertigen, die wir verschicken würden. Der Geist hat immer einen Bezugspunkt. Meist bezieht er sich allerdings nicht auf das, was sich gerade jetzt im Augenblick abspielt, sondern auf etwas anderes. Der Geist ist gewohnt, auf die Vergangenheit und die Zukunft zu meditieren. Wir sollten ihm jedoch beibringen, wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Darin liegt die Kraft der Achtsamkeit. Wir lernen einen präzisen Umgang mit dem Atem, der uns in der Gegenwart verankert, damit wir später auch im Alltag achtsam sind. Gewahrsein Das zweite Hilfsmittel, mit dem ich Sie bekannt machen möchte, ist das Gewahrsein. Das tibetische Wort für Gewahrsein lautet Shishin. Die Silbe She lässt sich mit Wissend ins Deutsche übersetzen, während Shin für Gegenwärtig steht. Wir können den tibetischen Ausdruck mit anderen Worten als Gegenwärtig Wissend verstehen oder als Wissend, was im Augenblick vor sich geht. Solch ein Gewahrsein betrifft unsere physische Umgebung ebenso wie unser gedankliches Umfeld. Wie Achtsamkeit ist auch Gewahrsein ein Hilfsmittel, über das wir bereits verfügen. In ihrem Zusammenwirken sorgen Achtsamkeit und Gewahrsein dafür, dass wir mit dem gegenwärtigen Augenblick befasst bleiben. Beide bilden das abwechselnd in Aktion tretende Tandem der Meditationshilfen. Nehmen wir zum Beispiel eine Situation aus unserer physischen Umwelt. Während wir unseren Alltagsaktivitäten nachgehen, hören wir unser Telefon klingeln. Sogleich meldet sich das Gewahrsein zu Wort und sagt zu uns Hallo, das Telefon klingelt. Wenn Sie erkennen, dass ein Geräusch ertönt und dieses von Ihrem Telefon her rührt, sind Sie Ihres physischen Umfelds gewahr. Daraufhin schnappen Sie sich das Telefon, beginnen ein Gespräch mit der Person am anderen Ende der Leitung und sind von ganzem Herzen bei der Sache. Die Achtsamkeit bringt Sie beim Telefonat an den Punkt, an dem Sie wirklich im Augenblick gegenwärtig sind. Möglicherweise beginnt Ihr Gesprächspartner jedoch Sie irgendwann zu langweilen und Ihre Achtsamkeit bleibt auf der Strecke. Wenn die betreffende Person Sie darauf anspricht und fragt, hörst du mir überhaupt zu, wird Ihr Gewahrsein Sie schlagartig zu all dem zurückbringen, was sich im Moment abspielt, und Sie werden wieder mit voller Präsenz bei dem Gespräch sein. Tipp Immer wieder zurückkehren Auf unser geistiges Umfeld bezogen ist Gewahrsein derjenige Aspekt des Geistes, dem es auffällt, wenn wir nicht länger mit voller Präsenz beim Atem verweilen. Vermutlich kennen Sie das. Eben sitzen Sie noch da und meditieren, und auf einmal sind mehrere Minuten verstrichen und Sie haben Pläne für einen Urlaub ausgeheckt, den Sie unter Umständen irgendwann, womöglich aber auch nie machen werden. Dann ertappen Sie sich dabei und sagen sich, hoppla, komm wieder auf den Atem zurück. Das Gewahrsein ist jene leise Stimme, die Sie dazu bringt, sich innerlich wieder Ihrer Meditationspraxis zuzuwenden. Mein Lehrer Sakyong Mifam Rinpoche hat einmal gesagt, jeder Augenblick hat seine Energie. Entweder wir reiten auf dieser Energie oder sie reitet uns. Falls wir unser Leben nicht mit Achtsamkeit und Gewahrsein führen, verpassen wir viele Gelegenheiten, uns an all den kleinen Momenten zu erfreuen, die der Tag uns bietet. Stattdessen lassen wir den Gewohnheitsmustern nach Belieben ihren Lauf, und alles hängt davon ab, wo die Energie momentan gerade mit uns hingaloppiert. Wenn Sie die beiden Hilfsmittel Achtsamkeit und Gewahrsein auf Ihre Meditationspraxis anwenden, wird sie sehr schöne Fortschritte machen. Mit ihrer Hilfe wird jenes Gefühl der Ruhe zurückkehren, auf das der Name dieser Praxis Meditation des Rügenverweihens verweist. Ihr Gewahrsein wird, wenn sie abgelenkt werden, quasi aus der Versenkung auftauchen, sich zu Wort melden und sie schlagartig wieder in den gegenwärtigen Augenblick zurückversetzen. Es wird Denken sagen, schon sind wir wieder achtsam zurück beim Atem. Kann sein, dass Sie sich abermals in Denkprozessen verlieren, doch das Gewahrsein, Ihr treuer Freund, wird Sie auch beim nächsten Mal ertappen. Es sagt, Denken. Und Sie nehmen dann mit Hilfe der Achtsamkeit erneut den ein- und ausströmenden Atem physisch wahr. Das geht immer so weiter, bis die beiden Hilfsmittel Ihnen irgendwann zur zweiten Natur geworden sind und Sie immer mehr im Atem und in Ihrem Leben ruhen. Mit sich selbst vertraut werden Ein anderes Wort für Meditation ist im tibetischen Gom, was als vertraut werden mit übersetzt werden kann. Durch den Prozess der Meditation machen wir uns im Grunde mit dem eigenen Geist und mit unseren Gewohnheitsmustern besser vertraut. Da Sie nun anfangen, sich den Geist anzuschauen, können Sie ihn wie einen neuen Bekannten behandeln. Zuerst werden Sie womöglich einen Wasserfall von Gedanken zu sehen bekommen, der zu Tage tritt, wenn Sie sich zum Meditieren hinsetzen. Und Sie werden dann vielleicht sagen, ich weiß nicht recht, ob ich Dich tatsächlich kennenlernen will, Herr Geist. Aber Sie halten durch. Da Sie fortwährend von Achtsamkeit und Gewahrsein Gebrauch machen, gewöhnen Sie sich zusehends an die exzentrischen Anwandlungen Ihres geistigen Seins. Ebenso wie Sie, wenn Sie eine neue Freundschaft schließen, die Eigenheiten des oder der Betreffenden zu schätzen lernen. Im Grunde ist Meditation ein Prozess, in dem Sie sich mit sich selbst anfreunden. Pema Chödrün, spirituelle Lehrerin in der Shambhala-Tradition, hat einmal gesagt, bei der Übung der Meditation versuchen wir nicht, irgendeinem Ideal zu entsprechen. Ganz im Gegenteil. Wir bleiben einfach bei unserer Erfahrung, was immer es auch sein mag. Ihr Geist mag manchmal chaotisch und er mag manchmal friedvoll sein. Im einen wie im anderen Fall gilt, wenn Sie erschaffen, den Geist zu erkunden, indem Sie einfach nur präsent sind, werden Sie zusehends zu dem Menschen, der Sie im Grunde sind. Bei Ihrer Erfahrung, sei sie positiv oder negativ, können Sie nun immer besser verweilen. Obendrein werden Sie folgendes feststellen. Wenn Sie weiterhin von Achtsamkeit und Gewahrsein Gebrauch machen, während Sie meditieren, werden beide Qualitäten auf ganz natürliche Weise auch im Alltag stärker zum Tragen kommen. Es wird sich herausstellen, dass Sie im Zusammensein mit Ihren Freunden, etwa bei einem gemeinsamen Essen, im Bett mit Ihrer oder Ihrem Liebsten oder auch im Umgang mit Familienmitgliedern, selbst im Fall einer Auseinandersetzung, in höherem Maß präsent sind. In all diesen Situationen verfügen Sie dann über die Fähigkeit, sich auf den gegenwärtigen Augenblick einzustimmen. und bei einem schönen Tag. Außerdem reingen Sie im Innkersonen